So bekommt ihr in DMC den Waffenkoffer. Begebt euch zu dem gelb markierten Bereich und tötet dort die Bots. Seid aber sehr vorsichtig, da diese sehr stark sind und euch sehr schnell töten können. Sobald ihr relativ viele Bots besiegt habt und euch ganz sicher fühlt, sucht den Juggernaut auf und versucht ihn zu töten. Auch dieser verteilt sehr viel Schaden und hält und kommt sehr viel aus. Wie ihr im Video seht, sind wir fast alle gestorben. Wenn der Juggernaut tot ist, sammelt den Waffenkoffer auf, den er gedroppt hat. Nun müsst ihr schnellstmöglich zur nächstmöglichen Exfiltrationszone kommen, da alle Spieler, die noch in der Lobby sind, euch nun auf der Minikarte sehen können. In unserem Fall konnten wir einfach den Gleitschirm benutzen und waren direkt bei der nächsten Exfiltrationszone. Wir haben ein Orbitalsatelliten aktiviert, um zu sehen, ob Gegner in der Nähe sind. Fordert den Heli an, steigt ein und schon habt ihr einen Waffenkoffer.